Yeah! Dem Ziel der Wissenschaft, alle Kräfte des Universums in eine Formel zu vereinen, näher dem Ziel sind wir im Laufe der Zeit schon ein großes Stück näher gekommen, oder nicht? Naja, die String-Theorie bietet nochmals einen völlig neuen Ansatz für den Aufbau des Universums. Und zwar besagt die Theorie, dass alles vom kleinen Staubkrümel bis hin zur Erde und dem ganzen Universum aus Strings, also im Grunde dünnen Fäden, besteht. Strings sind der Theorie nach, denn man darf natürlich nicht vergessen, dass es hier um eine Theorie geht, sehr, sehr klein und deshalb ist es auch schwierig, ihnen auf die Schliche zu kommen. Denn man kann sie, naja, nicht etwa wie ein Atom unter dem Mikroskop anschauen. Wir sind uns sicher einig, dass ein Atom, nehmen wir in dem Fall jetzt mal, sagen wir ein Wasserstoffatom, ziemlich klein ist. Und jetzt verkleinert ihr das um einhunderte Milliarden Milliarden. So groß ist dann ein String. Und ich wette, die Hälfte denkt jetzt wieder an Reizwäsche. Es ist Weihnachten, klärt eure Gedanken. Das Besondere an den Strings, im Vergleich jetzt zu anderen Theorien, ist eben, dass es keine Punktteilchen sind, sondern Fäden. Sie haben also eine gewisse Länge, ansonsten aber keine weitere Dimension. Also im Grunde 2D, wobei man das eben, naja, sich schwer vorstellen kann. Oder könnt ihr euch etwas vorstellen, das zwar da ist, eine gewisse Länge hat, aber keine Höhe. Ich meine, das Dünnste von Menschen geschaffen hat, das mir jetzt so auf die Schnelle einfällt. Das ist ein Lesearm von der Festplatte. Und die können, ähm, ich glaube, die Kleinsten sind bis zu einer Handvoll Atome dünn nur. Und jetzt müsst ihr euch aber die 1000 Milliarden, Milliardstel Dicke dieser Dicke vorstellen. Und das liegt in gewisser Weise außerhalb unserer Vorstellungskraft. Alles, was man sich vorher als Teilchen vorgestellt hat, sind jetzt Wellen, die an den Fäden entlang schwirren. Ähm, Fäden, in dem Fall also Strings, können sich verbinden und trennen. Die Trennung, beziehungsweise der Zusammenschluss von den Strings, ähm, sind in der Stringtheorie, wie das Emittieren, beziehungsweise Absorbieren von Teilchen in der Teilchenphysik. Zum Beispiel, äh, die Gravitation der Sonne auf die Erde erklärt man ja in der Teilchenphysik so, dass ein Graviton, also ein Teilchen, das die Gravitationskraft transportiert, sozusagen, äh, von der Sonne emittiert, also in die Luft übergeht und von der Erde absorbiert, also aufgenommen wird. In der Stringtheorie sind es simple, sich trennende oder verbindende Strings. 1955 ist Albert Einstein verstorben. Nur fünf Jahre nach seinem Tod, äh, sprach man dann zum ersten Mal von der Stringtheorie. Die erste anständige Publikation fand allerdings erst 1974 statt, als man theoretisch beweisen konnte, dass die Stringtheorie bei normalen Größen mit der Relativitätstheorie von Albert Einstein übereinstimmt. Erst in, äh, in diesen wirklich sehr kleinen Bereichen gibt es da Abweichungen. Um, äh, das Ganze auch praktisch beweisen zu können, fehlen uns halt leider die Mittel, aber das ist in der Physik sowieso immer das Problem, dass man Sachen, die man halt versuchen müsste, dass man da die Versuche nicht umsetzen kann, weil sie zu aufwendig sind, weil es, äh, Dimensionen übersteigt, die für Menschen möglich sind. Die Stringtheorie ist im Vergleich zu der Teilchenphysik oder halt, äh, zu anderen Themen solcher Art, die ich jetzt hier schon mal angesprochen habe, wirklich, äh, unglaublich schwierig. Um sie zu verstehen, müsst ihr vieles von dem, was ihr über, äh, naja, über den Aufbau des Universums zu wissen geglaubt habt, in den Hintergrund stellen und euch da einfach nochmal auf was Neues einlassen. In der heutigen Physik sind wir halt einem Punkt angelangt, in dem unsere Forschungsergebnisse, unsere Vorstellungskraft übersteigen und Ergebnisse, äh, und der Nutzen daraus halt nur mathematisch, also auf mathematischem Wege zu sehen ist. Gehen wir mal weiter. Strings können offen und geschlossen sein, also entweder wie eine Art Kreis oder eine gerade Linie. Die geschlossenen Strings entstehen durch offene, Daher müssen in jeder Form, in jedem Typ der Stringtheorie offene Strings enthalten sein, praktisch als Basis. Und, äh, jetzt, äh, sind wir eigentlich auch schon beim Kern, egal ob offen oder geschlossen, die Strings bewegen sich, sie schwingen. Je nach Art der Bewegung oder Schwingung ist ein String ein Photon oder wie anfangs erwähnten Graviton und, und so weiter. Das Tolle an der Theorie, allem Anschein nach, lässt sich damit halt sogar die tatsächliche Existenz von Tachionen beweisen. Klingt super spannend, ich weiß, wow, wow, wow. Äh, ich glaub es fast nicht, es überrascht mich. Also mal ernsthaft, diese, äh, Tachionen bewegen sich mit, äh, über 300 Millionen Metern in der Sekunde und sind damit schneller unterwegs als das Licht. Sowas nennt man in der Nerd-Sprache Superluminar, also Überlichtgeschwindigkeit. Wir sehen schon, es muss immer weitergehen mit den Strings, muss man immer was Kleineres finden, mit Tachionen immer was Schnelleres, äh, praktisch, äh, wie auf der Welt mit größeren Häusern oder schnelleren Autos. Der Mensch triebt immer nach mehr, das, äh, wird wohl dann auch der Grund dafür sein, dass wir morgens aus dem Bett steigen. Ich, äh, naja, vielleicht steigt ihr aus, äh, weil eure Eltern euch die Bettdecke wegnehmen oder mit einem Eimer Wasser drohen und ich steh auf, weil ich nicht dumm bleiben will. Ich, äh, ich weiß nicht, äh, beantwortet mir mal die Frage, warum steht ihr morgens auf? Ich bin mal sehr gespannt. Ein weiterer interessanter und markanter Punkt, äh, sind die Dimensionen. Also wir kennen ja drei, vier Dimensionen, wenn man die Zeit mit einbezieht, Höhe, Tiefe und Breite. Im Bereich der String-Theorie kann es bis zu 20 Dimensionen und mehr geben. Warum aber spüren wir oder sehen wir auch diese Dimensionen nicht? Warum können wir sie nicht messen und somit auch nicht bestätigen? Vielleicht, äh, weil sie zu klein sind und, äh, vielleicht auch, weil sie nicht existieren. Es ist halt nur eine Theorie. Und, äh, Beweise, da wird's schwierig. Da hätten wir sie, die String-Theorie, die Lösung so vieler physikalischer Fragen und auch ein großer Schritt zur Vollendung der Physik sollte das jemals möglich sein. Die Vereinheitlichung der Physik, das ist im Grunde das Ziel der String-Theorie. Aber leider ist und bleibt sie halt nur eine Theorie. Abschließend die Frage, ob die String-Theorie beweisbar ist. Einfach messen geht leider nicht, denn Max Planck benannte das Problem im Jahre 1900 elementares Wirkungsquantum. Damit wird nach der Formel E gleich H mal F, also das Verhältnis von Energie und Frequenz, von Teilchen gemessen. Unsere Strings sind aber dafür leider zu klein. Und sie unterschreiten die Planck-Konstante, wie sie sich nennt. Momentan wird natürlich daran gearbeitet, die String-Theorie zu beweisen. Da sie aber sehr klein ist, ist ein Beweis nur durch zum Beispiel Gravitationseffekte im Weltall möglich. Und das ist nicht die erste Wahl der Beweise. Das sind so, wie nenne ich das jetzt? Naja, indirekte Beweise. Erst vor kurzem wurde ja bei uns in der Schweiz das Gottesteilchen gefunden. Ha, also man vermutet es jedenfalls, ja, weil man ist sich da natürlich noch nicht so richtig sicher. Und falls ihr euch dafür interessiert, kann ich an der Stelle mal auf ein Video verweisen, das zu der Welt der Teilchenphysik vielleicht ein paar Infos geben kann, das ich von der Zeit gemacht habe. Ähm, naja, einfach mal so, weil es jetzt gerade zum Thema passt und auch noch gerade das mit dem Gottesteilchen war. Ja, eine Info gibt es noch. Ich werde nun, welch Ehrege, ich bei den Junior-Taters ab und zu etwas hochladen. Also, ich wurde gefragt, ob ich zu Junior-Taters kommen möchte. Und ich habe natürlich zugestimmt. In der Zukunft kommt da ab und an dann ein Video von mir. Also, wenn ihr Lust habt, dann schaut doch mal vorbei. Der Kanal ist in der Beschreibung und in meiner Subbox. Falls dort aber mal ein Video kommt, werde ich euch darüber natürlich jetzt auch noch mal informieren. Also, ich werde es auf Facebook posten, etc. Das kennt ihr ja alles. In dem Sinne, es ist Weihnachten. Ja, das tolle Fest, das heidnische Ritual. Ich wünsche euch auf jeden Fall schöne Weihnachten. Ich hoffe, ihr habt bekommen, was ihr euch gewünscht habt, wenn ihr noch zu Hause wohnt. Ich wohne ja nicht mehr zu Hause und alle meine Bekannten und Freunde sind entweder im Urlaub oder ganz weit weg von mir. Und auf die, die noch übrig sind, habe ich keinen Bock. Selbst zu Weihnachten nicht. Also, von dem her, ich bin alleine. Deshalb gibt es heute auch noch ein Video. Und ich wünsche euch auf jeden Fall schöne Weihnachten. Wir sehen uns, wenn ihr wollt, demnächst wieder. Es war jetzt eine etwas längere Pause, aber ich bin jetzt wieder da. Deshalb sehen wir uns jetzt wieder etwas öfter, wenn ihr wollt. Und damit verabschiede ich mich. Macht's gut. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF für funk, 2017